US-Präsident Donald Trump sorgt wieder einmal für politisches Aufsehen und lehnt ein Vier-Augen-Gespräch mit dem kanadischen Premier Justin Trudeau ab. Grund sind die Verhandlungen auf kanadischer Seite über die Nachfolge des nordamerikanischen Freihandelsabkommen NAFTA. Seine Zölle sind zu hoch und er will nichts daran ändern und ich habe ihm gesagt, dass er es vergessen soll. Wir sind sehr unzufrieden mit den Verhandlungen und dem Verhandlungsstil Kanadas. Wir mögen die Art und Weise in dieser Sache nicht, sie haben es ausgenutzt. Die Beziehungen zwischen den USA und Kanada haben sich wegen den Verhandlungen um das Nachfolgeabkommen für NAFTA enorm verschlechtert. Die Zeit drängt. Beide Länder haben noch bis Ende des Monats Zeit, um sich auf eine Nachfolge zu einigen. Das NAFTA-Abkommen war 1994 unter Kanada, Mexiko und den USA abgeschlossen worden und regelt eine der größten Freihandelszonen der Welt. Es betrifft fast 500 Millionen Menschen und deckt ein Gebiet mit einer Wirtschaftsleistung von knapp 23 Billionen Dollar, umgerechnet rund 19,79 Billionen Euro ab. Trump stellt das Abkommen in Frage und hat neue Verhandlungen durchgesetzt. Diese geraten aber immer wieder in Stocken. Der Republikaner sieht den Freihandel mit den Nachbarn kritisch, weil es aus Sicht der USA mit beiden Ländern ein erhebliches Handelsdefizit gibt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017